Hi Gazi und schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin ja gerade so ein bisschen auf Pilgerfahrt für meinen modularen Synthesizer und versuche die coolsten und bestklingendsten DIY-Module zu finden, die möglichst wenig Geld kosten. Und dabei bin ich mal wieder auf eine Perle gestoßen, schmaler Tarif und richtig fetter Klang, den AI004OTA DIY-Filter, ein Low- und High-Pass-Filter, angelehnt an die Schaltung aus dem legendären Korg MS20. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Anzahl der Bauteile ist total überschaubar. Frontplatte, zwei kleine Platinen, ein bisschen Hardware und keine 30 weiteren Teile. Hersteller ist übrigens AI Synthesis aus Portland. Ich habe mir kein Kit, sondern nur eine Frontplatte und Platine gekauft und mir die restlichen Teile dann separat besorgt. Hier habe ich mal ausprobiert Bauteile gleich von oben anzulöten. Geht natürlich nicht mit allen Teilen, aber spart ein bisschen Zeit und sieht doch ganz ordentlich aus. Was meint ihr zu dieser Technik? Schreibt es mal in die Kommentare. Der AI Synthesis Filter lässt sich relativ entspannt bauen. In der Online Anleitung gibt es für jedes Bauteil einen Schritt mit Foto. Die Teileliste ist in der Reihenfolge dieser Schritte sortiert und die Platine ist auch übersichtlich gelayoutet. Ein bisschen aufpassen muss man dann doch bei dem Kit. Am Anfang musste ich gleich eine Leiterbahn durchdrehen, denn später stimmte meine Beschriftung auf der Platine nicht und zum Schluss bastel ich noch zwei Widerstände an einen Schalter dran und tausche einen Poti. Alles nicht tragisch. Hey, so ein typisches DIY-Kit. Der Build ging richtig fix und war auch nicht schwierig. Für Einsteiger gut und für Profis ein nettes Zwischendurch-Projekt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Der Filter an sich funktioniert relativ einfach. Signal rein, Signal wieder raus. Hier kann ich noch einen Pegel einstellen. Resonanz, die Filterfrequenz, Low-Pass oder High-Pass-Filter und in der Mittenfrequenz wird das Eingangssignal gemutet und dann höre ich nur die Filterresonanz pfeifen. Das können wir ja auch gerade mal machen. Man hört also ganz klar, wie richtig schön böse der klingt. Das ist halt die Nähe zu dem Kork-Filter. So, und jetzt stecken wir mal eine Sequenz rein. So, und dann... So, und dann... Interessant ist sicherlich noch, was man an Geld sparen kann, wenn man vielleicht Teile selber besorgt. Oder wenn man gleich mehrere Module baut und dadurch auch Mengenrabatt auf Bauteile kriegt. Also, das Teil kostet Platin und Frontplatte ungefähr 25 Euro. Hardware, das heißt also Buchsen, Potis, Potikappen ungefähr 18. Und die ganzen elektronischen Bauteile 28 Euro. Acht unterm Strich 71 Euro. Ich habe Mengenrabatt gekriegt, wie gesagt, mehrere Bausätze gleich bestellt. Ich habe eher so 65 Euro mit Steuer bezahlt. Man kann auch das gesamte Kit mit allem drum und dran für 85 kaufen. Muss man sich nicht kümmern. Also, die Ersparnis ist nicht verrückt. Und zwar nie, ja. Wenn man die Zeit investieren will, die ganzen Bauteile zusammen zu sammeln. Aber man kann das Geld sparen, wenn man möchte. Wie hat dir der Sound gefallen? Schreibt mal in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. Denn ich habe neben anderen spannenden Themen auch noch weitere Euro-Weck-Module in der Pipeline. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.